Ja! Endlich wieder S4! Ihr seht, es hat sich einiges verändert und mit der Veränderung haben wir auch gleich... Ah, da gehen ein paar raus. Egal. Mit der Veränderung haben wir auch gleich ein schönes Match hier. Ich bin hier gerade noch gemutet, aber ich bin gerade eben TeamSpeak mit Fox und Zeta. Die müsst ihr eigentlich oben rechts sehen. Und ja, ich bin auch mit meinem Main drin, den B-Zeitigen. Ist, glaube ich, Rank... Moment. 32. Ja, ist nicht so allzu hoch, aber ich bin ja viel besser als 32. Auf jeden Fall, wir haben den Full Push drin. Mit Premium, wohlgemerkt. Und gleich werde ich mich inmuten und dann werdet ihr die zwei anderen Vollidioten hören. Eins, zwei und... Sagt was, Leute? Bla, bla, bla. Ah, ha, ha. Da ist PK96. Und wen haben wir noch da? FOX! Ich hab PK96 genannt? Ja. Hast du mich gerade... Du, 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 du machst mich gerade fertig, erinnere dich. Tja. Wie war das, was mir das klappt? Es klappt nicht so dritt. Ja, einmal nicht, ja. Es wird niemals so dritt klappen. FOX, dein Einsatz. Was denn? Okay, das ist der dritte. Es ist der Pro, der so, weil er Pro geworden ist. Also blau, sieht alles nur blau. Kann ich mir mitdenken. Könnt ihr gleich vergessen. Oh, sorry, sorry, ich war abgelehnt. Jaja, jetzt ist zu spät. Jetzt hast du verkackt. Okay. Geh einfach ready und wir starten. Ach, ich darf nicht ready gehen. Ich bin dein Master. Er hat die gut angewundert, in Clan War Matches ready zu gehen, während er der Master ist. Das heißt, er startet automatisch spielen. Mh, musstest du das jetzt erwähnen? Ja, für mich, das kann das Splash und ein Let's Fail. Ah, jetzt muss ich's umbenennen. Leute, ich hab keinen eben, das kann das Splash. Ich hab auch keins, aber wir spielen alle S4, also, hm? Whatever. Ja, kann der letzte Mal raus aus den Settings und so? Kann er nochmal einen Chatflame, please? Ach, meine Güte. Na gut, wollen wir starten? Nein! Oh! Drei, zwei und eins. Äh, anzumerken, das hab ich noch gar nicht gesagt. Wir haben alle drei das Full Push Set drin, ne? Leute, wo seid ihr, wenn ihr euch braucht? Bin hier unten. Sichtern ist still. Boah, ich rushe, ich mach den ersten Touchdown. Eui, eui, jetzt hat sich so viel verändert in S4. Ja, pardon, pardon. Touchdown! Ich hab gefällt. Ich hasse es, wenn Leute... Also nochmal, wir haben alle... Welches Set drin? Überall fertig. Genau. Ah! Drei ist es mein Speed Weapon. Oh Gott, Force Picks. Okay, Leute. Ihr wisst, was ihr zu tun habt? Die Reaktion werdet ihr noch des Öfteren hören. Oh, ich kann das gar nicht mehr. Verdammte Scheiße. Wieso kannst du sowas nicht? Au! Bin down. Alter Schwede, ich kann's gar nicht mehr. Vor allem, ich lecke zum Teil ganz schön. Oh, ja, ich lecke. Leute, er holt ja auch mal was zu tun. Ja, ich weiß, lass mich in Ruhe. WTL, was hast du getan? Suicide. Ah, das war auch nicht wie. Ist ja nicht so, als gäbe es die Abteilung und Ruhe. So, Moment, ich muss hier noch die Musik anmachen und so. Dann wollen wir noch mal... Bisschen leiser drehen. Äh, fuck it. Uni alle. Für die... Ja. Ja, das wird noch Leute. Wieso war der Touchdown nicht drinne? Welcher Touchdown, hä? Ach, stimmt. Der Fall, wo ich alles tot gemacht hab. Der Box hat alles tot gemacht. Alter, ich bin so gewöhnt, auf Distanz zu schießen und ich kann's einfach nicht. Ach du meine Fresse. Oh, fuck it. Wow, Moment. No, Gündchen. What denn? Kannst du nicht einfach nach hinten hängen. Go for it. Komma. Stirb endlich. Lol. Stirb du. Stirb. Ah, haha. Ich hab keinen Aim. Ja, jetzt aber. Er spawnt gleich was nach. Ich weiß, ich bin aber früh genug drin. So. Den ersten haben wir. Boom. Boom, AK-NOOP. Irgendeine Taktik, Leute. Damit wir nicht verlieren. Äh, Afterkill. Afterkill? Ich hol den Ball. So, und könnte ich mir spielen. Das ist super Technik. Oh, meine Fresse. Ich hab so wenig FPS. Die kommt. Ich bin da schön. Du die Handgunn schießt und dann die Handgunn eins zieht und dann kommt da so ein schöner Rauf nach. Äh, haha. Mit 3 HP. Mit 3 HP durch. Vom Zeitpunkt des Aufnehmens des Balles hab ich 3 HP gehabt. Mhm. Wörtlich. Oh, ich hab gar nicht drauf geachtet, dass die Musik auch zu S4 passt, aber egal. Es ist gute Musik, also. Du hast sowas los, du nix reingehauen. Voll amodisch. Sagen wir's so, sehe ich denn. Zum Großteil. Zum Großteil. Das war so klar. Was denn? Oh, fuck. Er hat mal eine Leiche getroffen. Alter. Stirb doch. Alter Schwede. Stun-Noobs. 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 Ah, haha. Alter, jetzt wollte ich den mal abschauen und dann stirbst du nicht. Was fällt dir ein? Ah ja, du hast schon ein Midsheet gegeben. Au ihn. Alter Schwede, ich kann kein Shield cancel mehr. Wart mal, ich muss das mal üben hier. Ach, kann's noch gut. So, einer unserer Gegner hat gelieft. Ahnung, man sitzt nicht. Okay, ist auch fail. Ja, ja, wir sind alles Arschlöcher. Wow, warum stirbst du? What the fuck? Na ja. Wo schuld, wo schuld. Ja, hab ihn doch. Ich hätte noch den Kiel schießt, kannst du. Ist das nicht ein bisschen zu einfach und so? Ein bisschen, ein bisschen. Jetzt müssen sie einen Gegner haben, der auch hoffentlich nicht lief. Wir spielen sowieso mit Ithakas, also. Äh, äh, ähm. Ist er nicht so, als ob wir irgendwas in der Richtung. Soll ich nur sozial sein? Ja, ich bin mehr sozial. Auch jetzt nicht mehr. Marvin, aus US hier. Der Arsch war sehr erfolgreich. Aber danach, äh, wollen wir danach die richtigen Sets reinhauen, oder wollen wir danach, ähm, mein Shock Only, oder? Das ist mein Shock Only, kann ja am Ende machen. Ah, dann trifft sich's ja ganz gut für Fox. Alter, meine AP hauen so rein. Ja, ich weiß, aber ich hab den jetzt nicht erwischt. Deine AP, aha, deine AP, ich hör schon. Ja, auf dem Main hab ich AP. Aber mal sowas von. Ja, ja, er konnte nicht ohne, er hat letztens ein Geständnis aufgegeben, er kann nicht ohne AP in letzter Zeit spielen. Findet Penn richtig sucky und sowas. Deswegen konnte er nicht mehr auf Let's Play Access spielen, sondern hat einfach mal sein Main rausgeholt. Wo er FPs en masse hat. Hehehehe. Uh, und tot ist er. Oh, Fox. What the fuck? Fox wird geraapt. Ja, das ist noch mehr, klar. Legrapt. Uah, er Bomber. Ja, Bomber, das kannst du nicht mit dem Schild abwerden, Captain. Er hat sich selbst gekillt, ne, man meint. Anker, Anker, Leute. Der war gut gepusht, aber nicht gut genug. Er ist durchgekommen. Ja, weil ich gefällt hab. Ja, ich bin dran, aber mal heftigst. Bapapam. Haha. Boom. Ergant, du. Ich werde es dir niemals bezahlen, wenn du dir nicht Portal 2 kaufst. Ich find's interessant, wie... Ein Duinspoilers? Ja, ich mein, du... Leute, sieht das so. Ähm, wir wollten ein tolles Let's Play Together Portal 2 machen. In letzter Zeit, wo ich aber nicht das Geld habe, mir Portal 2 zu kaufen, oder auch nicht die Zeit habe, um noch ein Let's Play oder Let's Play reinzuhauen. Ja, ja. Spoilert er mich zu? Aua. Spoiler... Spoilern nicht alle zu, irgendwie. Sagan spoilert dich. Das sind alle. Ja, alle spoilern mich. Das ist grad eigentlich nur beschissen. Hab ich auch irgendwann keinen Bock mehr auf Portal. Auch wenn's der zweite Teil ist und er awesome ist. Das wird nichts. Ich bin ja awesome. Ich bin ja gespielt. Da kann er ja nur was zacken, ey. Alter, wenn ich mal Shield Cancel brauche... Ja, blablabla. Wer hat mich jetzt die Bridge weggeballert? Ich hab die Bridge weggeballert. Ich hasse dich. Ich nehme nur noch. Alter, Schwede. Alter, Schwede, ich bin tot. Ich hätt' ihm so gelacht, wenn er am Laser gestorben wäre. Das war eigentlich der Plan. Achtung, Encore. Achtung, Encore. Achtung, Encore. Ich stehe, ich bin zu böse, Shield Cancel. Du musst schießen, zweimal Schiff drücken, wechseln, schießen, zweimal Schiff drücken, wechseln, schießen, zweimal Schiff drücken, wechseln. Klingt auf den ersten Schlickern natürlich sehr leicht. Meiner Meinung nach. In der Praxis ist es aber definitiv nerviger. Ja, ja. Bäm, ja. Vor allem, wenn es so heftig ist. Äh, so, ähm, heftig und so. Ja. Ja, aber Forkner ist ein Mensch, der den Shield richtig benutzt und deswegen hat er keine Zeit für den Shield Cancel. Alter, Schwede. Ja, ich versuch, wie die Bridges kommen. Fox blockt. Hard. Ja, er blockt hard. Mein Handgun kill. Ja, ja. Wow. Alter. Der leckt. Fox. Tu was, Fox, verdammte Scheiße. Nein. Verdammt, Schnauber. Ich mach mal weiter, ich hab keinen Bock auf, äh. After kill, after kill, after kill, after kill, after kill die Bitch, after kill die Bitch. Oh! Ah, ich hab ja doch schon was schönes im Moment. Ähm, das. Exist du zu set? Ach, nein, ich bleib auf dem. Du wechselst natürlich einfach mal Musik mit einem Let's Play oder wie. Ja, ich mag das nicht, wenn die falsche Musik läuft. Ja, Sita, tut mir leid, wenn ich nicht... Tut mir leid, wenn ich nicht, äh, LP-konform bin. Es tut mir sehr leid. Nicht. LP-konform. Äh, whatever. Das müsst ihr ja wohl noch verstehen. Äh, nicht wirklich, weil ich grad akustisch nicht verstanden hab. Ob ich nicht zum LP-n passe? Naja, die können es ganz wohl zum LP-n passen, aber es gibt Digge... Äh, die könntest du mich vorne auch noch mal redigen. Was asozial? Ja, tut mir leid, tut mir leid, es... Er zickt gerne. Lass mich in Ruhe, Leute, ihr habt doch so gewetzt. Hö, hö, komm, lass euch ein Match machen, los, los, sofort, sofort. Mach das doch alles während des Matches, los, 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 hast doch genug Zeit zu. Naja, aber ich hab'n sogar gebuddy-blocks und der... Ich hab'n sogar gebuddy-blocks und der... Ich hab'n auch mein Soundboard zu benutzen, das würde so schön passen. Egal. Nein, hört auf damit, kein Soundboard. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gar nichts, ich bin doch lieb. Dann vorher folgt dann sowieso nur Portal-2-Branette. Ähm...